Timo darf mal entscheiden, welcher Kopf hat er zahlt? Du bleibst er zahlt. Kopf, also fängt Tobi an. Okay, erstmal. Bar to 9 übers Step-up. Flipp aus der Banane. Aus der Banane. War ride to Bar spin, über Andy War ride von Quarta in Quarta. Das tut mir leid, aber ich muss einen Antrag für deinen Bruder machen. Dreier holt den Zimmer hoch. Oh, das war aber klar. Gib mal deine Bremse. Ich dachte, das ist ein bisschen scheiße. Die zieht sowieso so. Easy. Ich hab die aus dem Zimmer sogar beigebracht. Schockst du noch hin? Ja, mach mal. Yes. Und. Yes. Mach mal ein Futschernbeck da oben. Easy. Schade. Ich hab die Ausrufe. A oder B. A oder B. C. Der gibt nicht. OPPO-Präer. Easy. Zweiter Versuch. OPPO-Präer. Okay. Er nimmt den Wunsch da, wie war es? Wo springst du? Ich bin nicht. Das ist ein Transfer, ne? Ja. Willst du einen No-Hand reinmachen? Und einen No-Hand. Warum mach ich dann noch? Dann mach ich einen No-Hand. Und. Schöner No-Hand. Granster. Steppup. Dann mach ich einen Flip-Pass von über den Steppup. Und. Auf der Seite. Und. Auf der Seite. Leiderstehen. Hopp, hopp, hopp. Geht um Abziehen. Aber auf freundhafterste Weise. Wie springst du Alli-Hoop? Links rum. Warte. Okay. Links, rechts, scheißegal. Dann mach ich einen Alli-Hoop-Truck aus der Corner in den Steppup. Ja, ich glaub ich mach mal die Ballroll über die Spahn. Das wird schwer, ey. Hey, gell. Hast du ein Flare-Buzzball mit Steppupup gemacht? Ich? Nein, war es vollschrittig. Willst du den da machen? Oh. Mach ich den da machen? Ja, mach den. Hör mal einen Flare-Buzzball. Okay, hat er mit gemacht. Mach ich auch Risiko. Mach ich Flare-Wuff. Ich mach ein Manual da lang, komplett über das Bein, barstle in den Flat. Musik Un... Kassel in Skluck! Kassel in Skluck! Jooooooohhh, wieviel Junge! Ablohbe über die Hütte! Ein riesen Applaus an beide Fahrer! Genau! Kobi ist dritter Platz hier jetzt bei Game of Bike geworden. Glückwunsch dafür!